Ich begrüße euch zu einem neuen Video. Der ein oder andere von euch war bestimmt schon mal in der Situation, in der er sich ein Nachtsichtgerät gewünscht hätte. Sei es, dass er in einem Keller stand und plötzlich ist das Licht ausgefallen oder man stand auf einem dunklen Parkplatz und hat seinen Schlüssel gerade verloren und kann ihn aufgrund der schlechten Lichtverhältnisse nicht finden. Wie funktioniert also ein Nachtsichtgerät ist die heutige Frage und um zu verstehen, wie so ein Nachtsichtgerät funktioniert, sollten wir vielleicht erstmal klären, wie funktioniert überhaupt der Vorgang des Sehens. Und wenn irgendwo ein Objekt steht, dann wird dieses durch eine Lichtquelle beleuchtet und das Licht wird reflektiert und gelangt so in unser Auge. Das bedeutet, wir brauchen also immer eine Form von Licht, um sehen zu können. Ohne Licht können wir nichts sehen. Und wie kann jetzt so ein Nachtsichtgerät dafür sorgen, dass wir trotzdem sehen können? Und es ist so, dass dieses Nachtsichtgerät besteht prinzipiell aus zwei elektrisch geladenen Platten. Also wir haben zwei Metallplatten und diese sind mit einer Spannungsquelle verbunden. Dadurch entsteht hier ein elektrisches Feld und das sorgt dafür, dass sich diese Atome, dass die Atome hier auf dieser Platte in einem, man könnte fast sagen, einem angeregten Zustand sind. Also wenn wir uns das mal anschauen und etwas vergrößern, dann haben die Atome in der Mitte einen positiven Kern. Und außen herum, da fliegen die negativ geladenen Elektronen, also hier in der Mitte positiv, das hier oben negativ. Und durch das elektrisch angelegte Feld möchten die Elektronen natürlich hier rüber. Also wir können sagen, hier ist natürlich alles positiv geladen und hier alles negativ. Deshalb möchten die Elektronen hier rüber und sie benötigen also nur wenig Energie, um losgelöst zu werden aus diesem Atom und dann hier rüber zu wandern. Und diese Energie wird von dem Restlicht, das auch bei Dunkelheit herrscht, zumindest, also wenn gar kein Licht mehr da ist, bringt auch kein Nachtsichtgerät mehr etwas. Aber solange noch etwas Licht vorhanden ist, kann diese Apparatur, ein sogenannter Restlichtverstärker, das Licht verstärken und dann wird das Elektron hier rüber transportiert und man kann ein Bild erzeugen. Und das wird dann auf einem Bildschirm angezeigt und voila, wir können in der Dunkelheit sehen. Eine andere Idee, wie man noch ein Nachtsichtgerät aufbauen kann, ist natürlich, indem wir auch Licht verwenden, aber Licht, das wir, beziehungsweise unser menschliches Auge, nicht wahrnehmen kann. Unser menschliches Auge nimmt Licht in einem Bereich von 380 Nanometer bis 780 Nanometer wahr. Und wenn wir jetzt eine Wellenlänge benutzen, die größer ist als diese 780 oder kleiner als die 380, dann können wir das mit unserem Auge nicht wahrnehmen. Und infrarotes Licht hat eine größere Wellenlänge als 780 Nanometer. Zum Beispiel unsere Fernbedienung, wenn wir da drauf drücken, dann wird Licht ausgesendet im Infrarotbereich. Wir können das nicht wahrnehmen, aber zum Beispiel unsere Handykamera. Wenn man jetzt beispielsweise mal seine Fernbedienung vor die Handykamera hält und drauf drückt, dann wird man sehen, auf dem Handy-Display wird ein Licht leuchten. Und jetzt können wir uns das zunutze machen, indem wir eine ganz normale Digitalkamera nehmen, die nämlich auch in der Lage ist, infrarotes Licht aufzunehmen. Und dann brauchen wir nur noch eine Taschenlampe. Schauen wir uns das mal ganz kurz an. Also hier haben wir einfach eine ganz normale Digitalkamera und dann nehmen wir eine Taschenlampe. Und diese Taschenlampe, die wird dann mit ganz viel blauer und roter Folie überdeckt, mehrere Schichten, bis das Licht für uns nicht mehr sichtbar ist. Und jetzt geht durch diese mehreren Schichten nur noch infrarote Strahlung hindurch. Jetzt können wir in einem Komplettpunkt und Raum diese Taschenlampe anschalten. Wir nehmen das Licht nicht wahr, aber diese Kamera nimmt das Licht wahr und so können wir uns ein eigenes Infrarotgerät basteln. Ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht. Ihr könnt gerne mal auf meinem Kanal vorbeischauen, da findet ihr noch mehr von solchen Videos. Ich wünsche euch einen fantastischen Tag, macht's gut, bis dahin und ciao.